Ein Vorurteil, was wir immer wieder hören, ist, Teamarbeit und Kommunikation gehören nicht zu unseren Stärken. Dass wir nur veraltete und stupide Technik haben und vielleicht auch nicht so spannende und sexy Themen wie Startups. Dass man den ganzen Tag alleine im Büro sitzt, stupide vor sich hin klickt und Kaffee trinkt. Dieses Vorteil ist falsch, denn wir arbeiten in fachbezogenen Gilden, in denen wir Probleme und Aufgaben im Team bearbeiten. Dass wir ein junges und dynamisches Team haben und auch spannende Themen von Wohnen bis über die Bäder und Nahverkehr. Also das mit dem Kaffee ist korrekt, aber wir arbeiten in den Teams eng miteinander zusammen und haben gute Schnittstellen zu den Kollegen in den Fachbereichen. Das bringt interessante Aufgaben und Abwechslung in den Alltag. Wir haben flexible Arbeitszeiten, bei denen wir fast jeden Wunsch der Familie erfüllt bekommen. Weil wir agil arbeiten und gerade als Vater von kleinen Zwillingen lernt man die Familienfreundlichkeit des Unternehmens zu schätzen. Weil ich dank Gleitzeit früher Feierabend machen und mit meinen Kollegen zu unserer gemeinsamen Radtour starten kann und dank Jobrad ganz vorne mit fahre.